Und damit herzlich Willkommen zu einer Folge Quick-Thor. Und wir starten auch gleich das Game. Gelio. Was ist eine Stellung? Und Ruhe. Ein Stellung. Äh, was ist eine Stellung? So. Ich sehe Linie, oder Löffel, oder Zeh, oder Schmetterling. Ah, jetzt weiß ich es, Cello. Das war ja einfach. Hose. Ich sehe Linie, oder Löffel. Ah, jetzt weiß ich es, Hose. Ein Busch. Da ist die Wiese. Ich sehe Ozean, oder Fisch, oder Strand, oder Garten. Ich sehe Gartenschlauch, oder Wirbelsturm. Ah, jetzt weiß ich es, Busch. Ah, eine Watermelon. Ja. Ich sehe Halskette. Ah, jetzt weiß ich es, Wassermelone. Sehr viel Schalabacken. Ein Schnellboot. Das wissen wir ja noch. Ich sehe Linie, oder Ellenbogen, oder Schuh, oder Schwimmbecken. Ich sehe Kreuzfahrtschiff. Ah, jetzt weiß ich es, Schnellboot. Oh Gott, eine Zwiebel. Ähm. Ich sehe Berg, oder Linie, oder Schlange, oder Birne. Ich sehe Cello, oder Vase, oder Violine, oder Gitarre. Ich sehe Avocado, oder Besen. Keine Ahnung, was du da zeichnest. Das konnte ich leider nicht erraten. Ach, meine Ahnung. Warte mal. Wie mal meine Zwiebel. Aha. Oh. Oh. Ja, das ist ein Dester, und die Eester, und die Eester soll es werden. Eigentlich weiß ich genau das da werden. Hm. No. So. Noch eine Runde. Ein Amboss. To-deutsch Amboss. Am. Ich sehe Bank. Ah, jetzt weiß ich es, Amboss. Am. Eine Lutscher. Ich sehe Linie. Ah, jetzt weiß ich es, Lutscher. Ah. Oh, ein Hammer. Ich sehe Hammerstein. Ich sehe Linie. Äh, so. Ich sehe Axt. Ah, jetzt weiß ich es, Hammer. Ein Pflasterchen, ein Pflasterchen. Ich sehe Knie. Oder Seckseck. Oder Kissen. Oder Radiergummi. Ah, jetzt weiß ich es, Pflaster. Ein Pflaster. Ich sehe Linie. Oder Ozean. Oder Strand. Oder Streichhölzer. Ich sehe Baum. Oder Garten. Oder Garten. Oder Busch. Oder Zahnbürste. Ich sehe Stehlampe. Oder Gartenschlauch. Oder Wirbelsturm. Das ist eine Stehlampe. Ich sehe Brokkoli. Das ist ein Dornado. Schau mal. Das konnte ich leider nicht erraten. Oh, so ein Krokodil, oder was? Ich sehe Regenbogen. Könnte auch schon mal mal sehen. Ich sehe Hut. Oder Spülbecken. Oder Schwan. Oder Flugzeug. Ich sehe Teekanne. Ah, jetzt weiß ich es, Krokodil. So, mein nicht. Das ist doch ein Dornado hier. Also, äh. Na gut, könnte auch jetzt eine Dumme sein. Na gut. So. Die letzte Runde. Ein Rucksack. Äh. Rucksack. Ich sehe Zahn. Oder Kartoffel. Oder Schuh. Oder Flip Flops. Ah, jetzt weiß ich es, Rucksack. Das ist nur ein Puppagei. Äh. Was für ein Schnabel hier. Schnabel doch. Oder Auge. Oder fliegende Untertasse. Oder Bohrmaschine. Oder Bohrmaschine. Ich sehe Schlafsack. Äh, Puppagei, Puppagei, Puppagei. Ich sehe Zickzack. Oder Ellenbogen. Oder Schuh. Ich sehe Waschmaschine. Oder Hund. Das konnte ich leider nicht erraten. Manu. Ein Bulldozer. Ich sehe Linie. Oder Bein. Oder Rechner. Oder Fahne. Oder Postfach. Ah, jetzt weiß ich es, Bulldozer. Oh, soll ich nochmal mal machen? Mh. Das ist einfach so. Ich sehe Schnurrbart. Oder Halskette. Ich sehe Schuh. Oder Zahn. Oder Becher. Oder Teekanne. Oder Waschwer. Ich sehe Fuß. Oder Katze. Oder Eichhörnchen. Oder Eichhörnchen. Oder Känguru. Ah, jetzt weiß ich es, Wal. Maus. Eine Maus. Ich sehe Linie. Oder Brot. Oder Steak. Oder Auge. Oder U-Boot. Ich sehe Keks. Ah, jetzt weiß ich es, Maus. Süß. Eine Trompete. Äh, Trompete, 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 Trompete. Stress. Ich sehe Donut. Stress, Stress. Oder Brille. Oder Fernglas. Oder Gitarre. Ach. Ich sehe Cello. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Ich sehe Schere. Ich sehe Gartenschlauch. Ich sehe Gartenschlauch. Ich sehe nichts. Oder Kanone. Das konnte ich leider nicht erraten. Mino. Oh, hä? Was ist das? Was soll die? Ach, Mino. Die Maus ist doch schon süß. Maus ist süß, muss ich sagen. Das waren jetzt drei Runden. Würde ich bitte sagen. Bis zum nächsten Mal.